Bonnards Der Arbeitstisch, entstanden zwischen 1927 und 1935, ist das am spätesten zu datierende Bild der Ausstellung. Es steht für die dauerhafte Beschäftigung eines Künstlers mit den Gestaltungsprinzipien der Ukiyo-e. Sorgsam baut Bonnard den Raum um den mit vielen Büchern belegten Arbeitstisch in Schichten übereinander auf. Er verzichtet, so wie er es von den japanischen Meistern Hiroshige und Hokusai gelernt hatte, oft das Prinzip der Zentralperspektive und konstruiert den Raum stattdessen aus einer Verbindung von An- und Aufsichten. Aus diesem Prinzip der Raumkonstruktion hatte Bonnard schon in seinem Frühwerk eine Art wandernden Blick entwickelt, der ihm die Erweiterung der Schauplätze bis in die Randzonen der Bilder ermöglicht. Bonnard, der diesen Gestaltungsprinzipien immer treu blieb, hatte nicht umsonst unter seinen Nabi-Freunden den Beinamen Le Nabi Rejaponar, der sehr japonistische Nabi.